So, so und da sind wir wieder hier bei Tom Clancy's Wayne, Wayne, wo sag ich schon? Hi! Wo sind wir Mario? Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Ja. Okay, haben wir die Base erobert oder noch nicht? Ich glaub noch nicht. Aber was ich auf jeden Fall mache, werde ich dir was lahmlegen. Ich untersuch mal ein paar Sachen hier. Jetzt kannst du Drohnen. Sieht so aus, als ob das Kartell wertvolle Gefangenen in La Carcel de Borgo unterbringt. Was hast du jetzt lahmgelegt? Das ist eine Werbung. Den, äh, diesen Störseinder. Oh, nein. Und den westlichen Strom. Nicht schlecht. Also ich hab das Tor geöffnet, ne. Du kannst nämlich hier, wenn du am, äh, Generator bist, der hat an einer Seite, also nicht am Generator, dieses Störseinder, der hat auf einer Seite so einen Hebel. Ja, das weiß ich. Und dann ist ja der komplette Strom weg. Und dann sind auch die Jammer wahrscheinlich weg, ne? Ne, ne. Ich mein, dass diese Jammer selber hat nochmal einen. Äh, okay. Zeig mal. Da unten. Kannst du von dir oben aus sehen. Auf der linken Seite. Siehst du den kleinen Kasten? Äh, hier unten. Bei dem Jammer da vorne. Hier unten. Das ist der Generator. Ja. Und wo ist der Jammer? Da vorne. Das Riesenteil. Das ist der, oh. Ja. Okay. Und da musst du's zum Schalter umlegen. Ja, genau. Checkst du den, äh, Tower? Jo. Alles rein. Oh, schön ausgezündet. Sind wir mit dem Helik gekommen? Ich weiß gut gar nicht. Ne, ne? Ne, ne. Ich seh ne montierte Waffe. Den war ich auch schon drin? Nein. Schönes MG hier oben drauf. Ja, dann lass mal zunächst, würde ich sagen, ne? Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Schütze auf mich. Oder? Mario? Ja. Ich sag mal nix, ne? Was würdest du sagen? Nein. Ja, komm einfach runter. Super, NASA. Oh. Ich guck grad hier noch Nachschubkisten. Ich hab grad hier noch Nachschubkisten. Ich hab grad hier noch ein anderes Schönes entdeckt. Das ist dringend noch. Wollte ich mir mal kurz angucken. Hängt mit M an und endet mit Urser. Ein Mörser? Oh. Ja. Steht hier. Kann's aber nicht benutzen. Schade. Ah, hier ist noch ne Kiste, siehst du? Hab ich doch noch was übersehen. Die wird übersehen. Ich hab hier nix übersehen. Ne, ich. Ich hab hier übersehen. Achso. Da kommen wir nämlich noch Punkte für. Da oben soll angeblich auch noch eine sein. Wurde zumindest kurz markiert. Wo war ich jetzt? Oder hier? Da war ich aber. Ah. Wie schon. Da hab ich doch noch eine übersehen. Oha. Ich hab ein paar Ausrüstungskisten gefunden. Ach nicht schlecht. Ich renne grad so schnell. Wird schon schlecht. Ja. Die sind jetzt eigentlich immer noch markiert. Ja, wollen wir? Ach, das sind ja jetzt die blauen markierten Digga, die ich jetzt beigeschneidet hab, oder wie? Blau? Blauen markierten. Ja, auf der Map. Ja, genau. Ah. Na gut. Wollen wir weiter? Jo. Willst du fahren? Äh, nein. Warte ganz kurz. Warte mal stehen. Wo wir dann hinfahren. Ich hab ein paar Punkte freigeschalten. Warte mal. Ähm. Oh. Ich level mal grad meine Drohne ab, ne? Achso. Ja gut. Nix. Ähm. Warte, was wär denn ganz gut, was wir dann als nächstes machen? Äh. Hier. Brün markiert. Jo. Das ist ein Konvoi. Oh, schon wieder. Ja, ist sehr oft. Alles nur neben Mission heute. Dann müssen wir diese blauen Mission machen. Ja, die bringen Punkte, können wir auch später noch. Oh, das ist der Konvoi? Ne, das ist ein anderer Konvoi. Aber ras einfach durch. Interessiert uns grad nicht. Ist das der Markierte bei mir? Nein. Bei mir ist der woanders. 1,2 Kilometer geradeaus bei mir. Den darf ich nicht mit dir. Bleib einfach auf der Hauptstraße, Jo. Siehst du das nicht, 700 Meter vor uns? Ach, das können wir auch, ne, das können wir auch da vorne nicht. Nö. 500 Meter vor uns. Bist du denn beigetreten? Ja. Das war aber dann ein anderes. Bei mir ist es der hier vor uns. Siehst du den? Ja, weil da ist, wird ja nichts angezeigt. Okay, den holen wir uns aber trotzdem. Das ist unser Ziel, hier der LKW. Pass auf, ein Begleitfahrzeug. Oh nein. Oh, das war ein Checkpoint. Ich hab, hab die zerstört, der ist nur noch. Ne. Hä? Ich bin doch. Außerweil. Der qualmt. Egal, wir holen uns den LKW. Drängen den LKW ab. Versuch den LKW abzudrücken. Wie viel Zeit haben wir, bevor das hier in die Luft geht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir grad verfolgen. Raus, raus, raus. Nein! Der, der hat mich überfahren, der Typ. Ach. Der hat mich überfahren, der LKW. Ich bin tomt. Ja, dann muss ich jetzt wiederholen, sonst wird das hier nichts. Das gibt es nicht. Ja, die Rebellen sind nicht daher. Aber beeil dich. Die Rebellen helfen uns gerade bei dem Tag. Wenn wir Glück haben, dann können wir direkt hier den Wagen anhalten. Ja, da steht zwei Fahrzeuge. Ich nehm ein anderes Fahrzeug. Ja, wir können doch mal nicht schießen. Oh. Holy. Super. Du kannst nicht schießen, ne, während der Fahrt. Du kannst nicht schießen, ne. Mach hin, lass ich schreibe! Gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi! Gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi! Der Wagen wir auch gleich? O, guck mal, vor uns. Nee! Wie Gala, der hat nen Ausbruch. Sind sie hinten? Links? Links, rechts? Fahrter, aus, Fahrter, auf der Straße. Ehm, da seh sie mich nicht, du musst mir sagen, oder? Links, flink. Einfach der Hauptstraße, vor uns. WTF? Vom Straßenrand sind zu viele vom Kartell ne? Die einfach so auf uns ballern. Also vor der Zeit. Es sind Rebellen, die helfen uns. Naja, so viele hat sie. Naja, helfen in Anführungszeichen. Hä? Warum? Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Komm die Reifen nicht zerballern? Doch Ich kann nicht schießen so Pass auf, der qualmt sehr stark, wenn der hochgeht Gibt's denn den Wagen echt nicht? Na die Reifen? Nein, hat ja gerade nichts gebracht, ich bin schon drauf gefallert Gib Gummi Ich will erstmal den vor und erwischen noch Aber das geht nicht Okay egal, ich lass nochmal kurz nach Jetzt Wow, holy shit Gib Gummi Hier ist fein das Gebiet Gib Gummi, hier ist ein Aufbruch Doch, fahr durch Jetzt für die Fahrer Der hat ein Unfall gebaut Der hat ein Unfall gebaut Oh, der hat mich schon wieder überfahren Ich glaub es gerade nicht Okay, ich werd grad beschossen Es könnte sein, dass ich jetzt jeden Moment aufgehe Du musst, du musst Hau ab, hau ab, hau ab Ich hab mich versteckt erstmal Zu wenig AP Ah, bin down, fuck Der Wagen steht aber direkt hier oben bei uns Ich kann dich im Moment nicht holen, da ist mein Sniper oben Ja Kein Problem Drei Leute bei mir Niiiins Für Sniper, ne? Zwei, drei Schuss Nix Wie ätzend war das denn jetzt? Wie oft sind wir schon gescheitert? Oft genug, vielleicht sollten wir echt mal irgendwie die Charakteren aufpassen Ja, und deswegen bin ich ja hinterher gerade neben Mission zu machen Wie lang geht die Folge jetzt noch? Äh, wir sind bei 10 Minuten Ah, okay Dann machen wir noch ein bisschen Ja Wo gehen wir jetzt hin? Ich will erstmal Frust ablassen Ne Achso Ja, okay Dann machen wir das Nicht, dass wir auch irgendwie wieder abbrechen, nein Egal Äh, machen wir das ja Pass auf, da oben ist der Sniper-Turm, ne? Daneben Und da wurde ich ja eben geholt Ach, hinter mir, okay Ne, neben dir Nein, wo? Großer Turm, am Felsen direkt Jupp Da ist ein Sniper nämlich drauf Also dann, wenn ich dich hier nicht sieht Der zeigt seinen Köpfchen gerade bei mir nicht Ich würde ihn holen Mache Hehehe Fick dich Hast du was? Da oben ist noch welche Nein, 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 nein Ah, hier ist... hier ist ja noch mehr Geil Lass doch mal hoch Du musst den Typen ausschalten, der mich gerade hier im Visier hat Ja, warte mal, mach ich schau mal das kurz hier an Die bekommen Verstärkung, ne? Okay, komm, unser Ziel, das Camp da zu erobern. Ich treff den da oben nicht. Oh. Nice. Hä? Mörserbeschuss. War das grad Mörserbeschuss? Äh, ja. Kommst du auch hoch? Ja, ne? Ja, bin dabei. Ich hab jetzt auch noch mal das Leipzig geholt. Uuuuh. Holy. Jetzt bleib ich hier hängen. Oh. Holy. Was ist los? Der hat ne Granate gehofen. Kommt ab. Hey, was ist das denn? Hier sind noch mehr. Ja. Boah, hier geht's ja noch richtig hoch. Ich schick die Drohne vor. Jo. Der hat entdeckt. Meine Drohne, das ist ein Mörser? Ja. Sniper. Ich sehe ein Scharfschützen. Schade. Ja. Schaffst du das? Ja. Direkt rechts, direkt rechts. Weg nach. Und helikopter. hinter mir über mir probieren in den sniper zu kommen ich hab ne granate geworfen die kam nicht an ab ihn die plattform sollte frei sein aber oben im dorf sind noch welche ich geh mal hoch auf die plattform granate fliegt nehmt das ich kann sie ja ohne das dorf spotten warte mal ich hab nen gegner zwei gegner aufgepackt freut das feuer das war ich hab den gastrunk ich hab mich grad mit der drohne umgedreht ich hab sie noch komm wär auch langweilig oder ich bin gerade froh ein bisschen da ist noch ein sniper auf dem turm wachtturm ich auch nicht die drohne Neuer Gegner von unten Oh oh Einer zumindest Ja, ich weiß nur wo die sind Einer auf jeden Fall Hat jetzt mehr gedau Sind hier keiner mehr? No Man, der Kerl ist tot Sind wir hier im Cybertower erledigt? Ja Ok Wir sind bei mir Oh Das ist ein Generator finden Die haben gar keinen, oder? Doch Wo weißt du? Weil die ein Tor haben Wenn die ein Tor haben, müssten die eigentlich auch ein Generator haben Ja, merkwürdig So, Kollegen sind auch wieder da Oh Hast du welche befreit? Ja Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden Eigentlich müsste ja noch irgendwo echt ein Generator stehen Hier soll irgendwas fallen Hier soll irgendwas fallen Wirklich Ich weiß aber nicht, ob man das Ding irgendwie ändern kann Weiß ich nicht Ja, das war's, ne? Jo Gut, gut Ja Wie ihr seht Wir sind diesmal nicht gescheitert Ja, das erste Mal, beim ersten Versuch Ne, wir hatten gestern auch mal paar Missionen Aber Heute war irgendwie der Wurm drin bisher, ne? Ja Na ja, gut Dafür haben wir es jetzt geschafft Und ich würd sagen Ja Bis zur nächsten Folge, ne? Jo Bis zur nächsten Folge Macht's gut Ciao Ciao